Ja, okay, ich mach' dunkel. Ja, ich stell' ja dunkel. Neues Spiel. Na, na, erstmal nochmal spielen, dann hat's so'n sterben. Enthält schwere Gewalt, sexuelle und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Schön. Pissen. Oder zu sterben. Man sieht wie lange ich das tun kann. Bestimmt nicht so lange. Jetzt gucken sich schon fünf Leute an, wie er grad einen Schweicherstand erstellt. Das ist ja toll. Ja, es löht, es löht. Albtraum sagt alles. Ja, das tut es tatsächlich. Es macht Gewalt, es macht mir Angst. Oh, diese Grafik. Tja. 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 Ah ja. Besser mal Batterien mitnehmen, können nie schaden. Na toll, 80. Das macht mir jetzt schon Angst. Das hat man gar nichts getan. Das macht mir schon Angst. Was sind denn das für komische Symbole? Mach doch auch nicht viel. Hey, noch ist doch alles noch gut. Okay, das erinnert mich. Wettbefehl steuerungsmäßig das Kriegchen. Links lehnen, rechts lehnen, das kann Sanson tun. Genau. Aha, okay. Das kann Sanson tun. Drei. Das ist Dreieck. Hä? Was war denn jetzt Dreieck? Was konnte das? Okay, vier kann gar nichts. Schön. What? Ich wünsche dir zu, du meine Tür aufzumachen. Ah ja. Ja, aber hier ist ja noch nichts spannendes. Also muss ich auch noch nichts aufnehmen, oder? Ja, ich muss noch mal die Panzer aufnehmen. Cool, Panzer. Ich geh einfach mal rein. Ich geh einfach raus. Ich geh einfach raus. Ich geh einfach. Nee, ich geh mal außen lang. Der ist auch ultra lahm, ne? Der schleicht ja richtig. Das große, große, große Tor. Das große, große Tor. Nein, das große, böse Tor ist verschlossen. Im Stapelschirm stand, ich soll rennen. Warum geh ich dann trotzdem in die Nervenheilanstalt? Das verstehe ich jetzt nicht. Verschlossen. Auch verschlossen. Ich hab's gefilmt. Und am besten vorne hin. Nee, ist klar. Ja, ich weiß aber nicht, wie man nicht rennen... Wie man rennen soll. Wie man rennen kann. Oh, so kann ich rennen. Hey, ich habe herausgefunden, wie man rennt. Juhu. Wie, Tür zu. Wie? Kann ja wohl nicht sein. Äh. Aber die Störung ist ja komisch, ey. Na, noch für uns alles. Na, mal ein guter Reporter. Oh. Ey, das Touchpad ist doch für irgendwas gut. Oh, das verwirrt man hier auch. Nein. Das macht komisch. Aber bestimmt gar nicht. Ja. Ja. Ja, ne, ist klar. Oh, komm schon bitte. Warum geht denn hier... Boah, ich habe ja jetzt schon Angst. Ich habe schon keine Lust mehr weiter zu laufen. Ich habe ohne Scheiß mega Angst. Ich kann ja nicht schlagen oder so, ich kann ja nur wegrennen. Ey. Ey. Ich bin normalerweise der Killer. Ich töte normalerweise alles, was ich sehe. Ich habe Angst. Ich gehe lieber wieder zurück. Nein, ich muss da rein. Wenn ich gerade gesagt habe, dass das voll schlimm ist, traue ich mich jetzt nicht. Ich schwöre es dir? Kann ich wenigstens pausieren, falls es zu gruselig ist? Ja, könnte ich. Ist hier immer noch alles dunkel? Nein, hier ist hell. Alles halb so wild, Nana. Alles halb so wild. Alles hell. Alles gut. Mein Gott! Wo kommt denn das denn jetzt her? Also ich wäre niemals so ein Reporter, der in so ein Haus reingeht. Ich schwör's euch, ich sterbe gleich. Boah! Meine Frisse, ey! Boah, ich geh da bestimmt jetzt nicht rein, oder? Komm mal! Warum ist die Tür jetzt zugegangen? Wie mache ich denn den Stream nochmal von der Kamera aus? Wieso würde ich mich hin? Ich bin nur so normal. Ich will es ja normal fühlen. Wie geht das nochmal? Ich habe das wieder vergessen. Kann ich mir eine Coke kaufen? Ich will Coke. Welch geht es mir dann besser? Ich schwöre es dir, meine Hände sind so mega schwitzig. Wenn man Schweiß sehen könnte, dann wäre aber vorbei, du. Tür zu. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Soll ich bestimmt da durch? Hm? Töger? 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 So, 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 so,